hey leute willkommen zum video heute wollen wir uns ein wenig um die schultern kümmern sie ein bisschen stärken und auch ein bisschen ihre beweglichkeit verbessern in verschiedenen varianten ein paar andere dinge sind auch mit dabei wenn du die möglichkeit hast würde ich dir empfehlen ein handtuch ein kleines oder auch einen yogagurt zu nehmen die vielleicht helfen könnten und dann ohne weitere worte lasst uns ganz starten kommen ins kind und leg dich einen moment hier tief in die stirn in die matte kommt für einen moment an atme tief durch sammeln dich lande hier in deinem augenblick die form eines körpers war das gewicht in den füßen den knien dem schienbein die sanft zum bodendrücken wahrnehmen mit jedem mal etwas tiefer lenken wieder mit dem gesäßschub finger an die hüfte und dann richte dich auf in die grätsche langer oberkörper und dann brauchen wir jetzt einmal unser handtuch oder unseren yogagurt je nachdem was dir besser gefällt oder was vielleicht auch gerade vorrätig ist gut wir nehmen einmal die ja die den gut erst mal vielleicht über die schulter fangen wir am anfang der stunde an bringen einmal den rechten arm hoch und dann nehmen die rechte hand wieder auf das linke schulter beginnen wir mit der aktivität kommen mit den armen etwas noch weiter nach vorne streckt die finger weiter ein bisschen mehr die rückseite des oberkörpers man fang an die fingerspitzen aufzustellen wenn sich lang gemacht hast kommen ein bisschen höher mit den ellenbogen mit den schulterblättern zusammen und spüre wie die ja die rückseite hinter dem herzen aktiv wird und eng wird wenn es etwas intensiv ist lasst vielleicht die ellenbogen leicht gebeugt sonst streckt die hände noch etwas weiter vorweg vom gesäß und sinke noch etwas tiefer vielleicht mit der brust zur matte während du die schulterblättern zusammendrückst hebt die achselhöhlen noch etwas mehr nimm noch einen tiefen atemzug noch mal schön die retraktion der schulterblätter genießen und dann den druck lösen schulterblätter wieder öffnen hände wieder flacher ablegen und dann ziehen sie zurück zum gesicht zu den knien und dann richten uns auf zum sitzen und kommen aus dem tiefen kent hinauf öffnen die augen wenn sie geschlossen waren bewegen die schulterblätter sanft machen uns ein bisschen locker und frei lassen ein bisschen reibung entstehen und dadurch ein bisschen wärme entstehen gut und dann bringe die hände nach vorne strecke dich ein bisschen und greife ein bisschen zu lass die hände ein bisschen aufwachen mit den fingern ineinander greifen und ein bisschen das handgelenk lockern gut und dann streck die handgelenke nach vorne drück die hände weit weg vom herzen mach dich ein bisschen rund im oberkörper spür ein bisschen das weiten wieder der schulterblätter kinn leicht auf die brust und dann wachse zur decke heb die arme hoch arme an den ohren vorbei wenn du kannst drück leicht die schulterblätter auch hier zusammen und zieh dich noch etwas höher auseinander ohne den druck hinten wieder richtung wirbelsäule zu verlassen nimm noch einen tiefen atemzug und dann hände wieder flach nebeneinander hoch und dann linke hand tief und dann eine kleine seitstreckung über den körper raus rechten arm über den kopf blick gerne leicht zur decke hebe die linke hand wieder hoch atme ein wechseln die seite aus rechte hand tief fingerspitzen stützen und dann über den linken körper rausziehen die linke hüfte unten am fuß gerne schwer lassen gut wir heben wieder an beide arme ein und kommen zurück zum herzen aus landen im vierfüßlerstand befreien die zehen aus dem druck stell sie gerne auf wenn du bereit bist im vierfüßlerstand etwas mehr energie finden in den armen dann kreis dich auch hier gerne noch mal ein bisschen locker mit den hüften und den schultern über händen und knien aus weiter den atem als treibstoff nutzen nach diesem leichten hüfte und schulter schwung sei wieder in der mitte stabil lass die füße aufgestellt drück leicht die knie in den boden als ob du die matte auseinander ziehen wolltest und dann zieh dein herz in den kuhrücken herz raus schulterblätter leicht zurückziehen herz öffnen blick gern heben atme ein und dann macht die gegenrichtung füße lang roll den kopf zum brustkorb und langsam schieb die schulterblätter auseinander im katzenbuckel pro traktion der schulterblätter und dann wieder einatmen vor füße gern wieder aufstellen drück wieder leicht in die knie spüren die hüfte und dann das herz weiten ausatmen wieder rund werden weit öffnen im wechsel einatmen vor ausatmen rund ein vor aus rund schön über die schultern arbeiten zwei noch ein vor aus rund noch einmal ein welle über den körper aus rund gut neutral in den rücken zurück hände weiter nach vorne ziehen wieder aufstellen atmet einlehn dich in die finger und dann herabschauender hund hebt die hüfte weg von der matte im hund ein bisschen bewegung finden leichtes fersen treten leichtes arm drücken und spür auch hier die kleinen aktivitäten äußere hand die kleinen finger drücken etwas mehr in die seite oder aus der seite der schulter dich raus spür dich noch etwas länger wachsen wegziehen vom boden gut und dann lasst uns wieder weiter strecken atmen tief ein und dann wandern nach vorne zwischen die hände wieder atmet aus zum ersten mal in die vorbeuge kopf zu fuß taucht ab mit dem großen füßen gerade parallel zur matte stehen und dann lasst uns hier die beine etwas aktivieren die knie im wechsel ein bisschen beugen und strecken nochmal und mach dich locker dann drück ein bisschen mehr in die fersen in den boden lass die knie etwas länger werden schau nach vorne kommen die halbe vorbeuge gesäß raus brust vor schulterblätter wieder leicht zurückziehen vielleicht für die aktivierung atme hier lang ein und dann tiefe vorbeuge aus kopf zu fuß wir richten uns auf kommen in den berg atmen ein finden das herz namaste atmen aus gut stehen gerade aufrecht auf der matte in das gewicht in den füßen ziehen uns etwas länger noch raus legen die arme dann zur seite schulterblätter leicht zurückziehen außenrotation über den oberarm daumen zeigen ein bisschen nach hinten spüre hinten die enge vorne den platz am herzen ja dann machen wir dich locker im rechten arm hebe ihn atme ein einen großen kreis für die schulter atme aus linke hand ein großer kreis aus und wieder rechts ein weit kreisen aus links ein kreisen aus noch eine runde rechts groß schau gern der hand hinterher aus wieder tief noch mal links schulterblatt gern mitnehmen kreisen aus gut beide arme heben mach dich neu lang und dann bring einmal die linke hand auf das rechte schulterblatt und die rechten arm die rechte hand auf den linken ellenbogen drück dich in den füßen in die matte heb den ellbogen höher atme ein und dann lehn dich nach rechts strecke den linken oberkörper spür ein bisschen den trizeps dehnen und auch die außenseite der schulter lang ziehen schaff noch etwas mehr platz unter der linken achselhöhle drück die hüfte leicht gegen ihm noch einen atemzug gut dann wieder aufrichten arme heben und dann wechsel die hand rechts auf die linke schulter linke hand auf den ellenbogen drück den ellbogen hoch weg von der matte atme tief ein und dann nach links lehnen ein bisschen den rechten oberkörper gestreckt lassen seitstreckung leichte schulter berührung die rechten finger hinter dir ruhig ein bisschen lang lassen becken noch mal leicht gegen schieben noch einen atemzug und dann wieder aufrichten arme heben gerade nach vorne in die vorbeuge sinke wieder zur matte wird halbe vorbeuge werdet erneut lang atme tief ein dann lass uns den ersten stütz finden im brett auf der matte halten schieb den boden weg mit händen fersen zurückdrücken hebt den bauchnabel gibt dir aus der mitte ein bisschen mehr stabilität und dann drück aus den rechten am linken am etwas mehr und dann hebt den linken fuß ein paar zentimeter ohne dass sich der körper groß verändert ohne dass sich das gewicht nach hinten verlagert und dann wieder absetzen rechter fuß ganz bisschen heben aus der inneren mitte ein bisschen mehr spannung kopf bleibt vorne und absetzen gut lehn dich voratmen ein roll die schultern auseinander pro traktion drück den boden von dir weg kinn leicht auf die brust zieh den bauch ein und dann sinken die bauchlage tief gern die knie zuerst und dann ablegen in die matte gut füße strecken bring die hände langsam etwas weiter zurück unter die ellenbogen stärken wir die schultern hinten und die rückenmuskeln schau wirklich dass du die ellbogen über den handgelenken hast also wahrscheinlich noch ein paar zentimeter weiter zurück dann schieb die schultern nach hinten werde leicht im herzen im kopf heb dich an und dann hebt die hände von der matte ohne dass sie nach vorne kommen spür die kraft hinter den schulterblättern nach innen nach oben für drei füße vielleicht heben zwei eins und absetzen gut komm zurück in den vier füße atme ein und dann zurück in den herabschauenden hund aus der hüfte hebt dich atme aus gut wieder schön strecken den hund vielleicht etwas länger in den beinen werden wieder aus dem kleinen finger vor allem drücken spür die seite der schulter guck gerne noch mal auf meine schultern hier bin ich locker und dann drücke ich meine schultern weg von den händen weiter da durch die seiten hier zu den rippen nimm noch einen atemzug und steig nach vorne zwischen die hände halbe vorbeuge atme ein tiefe vorbeuge aus komm in den berg atme ein und vor das herz atme aus gut nächste variante nimm einmal die arme auseinander bring wieder die schulterblätter leicht zusammen atme tief ein und dann bring die arme nach vorne als ob du etwas umarmst zieh den bauch nach innen und dann kreuze den linken arm unter den rechten wenn du kannst und dann kommen die adler arme richte dich wieder etwas auf schau nach vorne und dann drück die ellbogen leicht zur decke atme ein und dann roll dich so ein bisschen nach unten ein schieb dich nach unten mit den ellenbogen bauchnabel rein ziehen und spür das weiten hinten zwischen den schulterblättern zwei mehr davon einatmen aufrichten und ausatmen nach vorne runter ziehen ein und noch einmal leicht runter und vor weiter die schulterblätter bauch noch mal rein ziehen und dann langsam wieder lösen arme entknoten zur decke heben atme tief ein und große vorbeuge wieder aus halbe vorbeuge und dann wieder in den stütz zurück auf der matte erneut kraft finden länge finden und dann auch hier versuchen wir auf eine hand das ganze zu machen wie eben mit einem fuß drücken wir in den rechten arm werde leicht in der linken hand und hebt die linke hand zur rechten brust oder schulter lehne dich immer noch nach vorne krall und drücke die rechten finger atmen ein schieb dich weg von der matte und dann linkern wieder absetzen nach links verlagern rechten finger leicht machen komm mit der rechten hand auf die linke schulter bleib vorne mit den herzen drück die schultern in den boden die linke hand atme ein absetzen aus wieder protraktion lehne dich vorrunde ein bisschen bauchnabel einziehen kinn zur brust und dann sinken tief gern die knie dann der rest füße wieder lang wie eben hände weiter zurück unter die schultern äh unter die ellenbogen schulterblätter zusammen und dann fang wieder an dich hoch zu heben hände drücken hoch schulterblätter zusammen füße heben und fang an zu fliegen für drei zwei bisschen höher die hände hol sie nicht nach vorne eins und absetzen gut vier füße ein und führ über die hüfte dich zurück in den hund gut sehr schön streck den hund lang atme tief ein steig oder wander nach vorne atme aus halbe vorbeuge lang tiefe vorbeuge runter in den berg zur decke ein zum herzen atme aus ok andere seite für die schultern mit dem anderen arm für die adlerarme weite dich wieder auseinander gib dir ein bisschen druck nach hinten zusammen öffne das herz und dann in die gegenrichtung vorschieben um armen und dann rechten arm unter dem linken wenn du kannst komm in die adlerarme verknote dich richte dich dann wieder auf heb ein bisschen den brustkorb die arme atme ein und dann wieder leicht vor und schieb die ellenbogen weg von dem herzen zwei mehr ein und wieder vor ein bisschen tief hebt und zieh den bauchnabel nach innen noch mal ein und aus kinn gern auf die brust wir kommen raus heben die arme erneut lang zum berg und tiefe vorbeuge kopf zu fuß halbe vorbeuge länge tief zurück ins brett auf der mat stütz dich wieder sammle kraft versuchen wir beides gleichzeitig drück dich in den armen fest werde leicht in deinem rechten fuß heb ihn an und dann aktiviere den schub zwischen rechten arm und linken fuß werde leicht auf den linken fünf fingern und vielleicht kannst du die linke hand heben auf einem fuß einer hand stehen vielleicht sogar den linken arm nach vorne strecken bleib mit dem schulter vorne mit dem fuß hinten atme noch mal tief ein absetzen aus bisschen nachgreifen linken fuß schon mal leichter machen heb den fuß wenn du kannst zieh den bauch nach innen werde leicht auf der rechten hand schau vor und dann heb die rechten finger oder streck sie sogar weg vom linken bein jetzt sind die turbulenzen ausgleichen gutes zeichen dass wir kräftiger werden atme noch mal ein licht und langsam wieder absetzen lehne dich vor runde die schultern mach dich fest in der mitte bauch nach oben aus der protektion im chaturanga gerne ablegen und noch ein drittes mal Hände nach hinten unter die ellenbogen Schultern zusammenziehen leicht heben mit dem herzen mit dem kopf Füße hoch Hände und drück dich noch etwas höher flieg Hände bleiben hinten hol sie nicht nach vorne knack die Nuss zwischen den Schulterblättern nochmal höher ein und absetzen aus gut vier Füßler erneut herabschauender Hund zurück sehr gut spür kurz nach atme tief ein durch die Nase aus durch den Mund spür die Wärme ein bisschen um die Schultern herum gut nutzen wir das weiter atmen hier lang ein wandern oder steigen vor aus halbe vorbeuge tiefe vorbeuge tiefe vorbeuge gut beug die Knie komm mit den Händen auf den Oberschenkel wir gehen in den Stuhl denk dran dich etwas breiter hinzustellen und dich ein bisschen mehr aufzurichten wir schieben schieben deine und unsere Hüfte mehr zurück komm ruhig aus den Zehen ein bisschen raus in die Fersen und dann wollen wir die Rückbeuge ein bisschen verstärken kipp nochmal ein bisschen mehr mit dem Gesäß nach hinten als ob du es jemandem zeigen möchtest schieb dein Herz raus spür die Kurve des Rückens hier und dann bring die Hände hinter dir zurück nimm die Hände in den Griff und dann heb die Schultern zu den Ohren dann drück die Schulterblätter eng zusammen und dann fang an die Arme zu strecken weg vom Herzen das sich nach vorne lehnt das Gesäß immer noch nach hinten drücken und spür diese weite Öffnung vorne an den Schultern, vorne am Herzen wenn du möchtest, greif sogar die Hände eng zusammen und kreuz die Daumen Brust raus, Arme zurück und hoch Gesäß nach hinten kräftig ein bisschen die Fersen, die Oberschenkel und dann atme und hebt vielleicht leicht den Blick und dann sinken mit dieser Streckung der Arme in die Vorbeuge Kopf zu Fuß tief nochmal leicht nachgreifen immer noch Schulterblätter zusammenhalten und man kann sich natürlich auch mit einem Handtuch helfen wenn man nicht gut greifen kann die Hände mit etwas weiteren Armen ist es etwas einfacher auch die Arme über den Kopf zu strecken und blickt euch die Beine durch Nacken ist ein bisschen locker Squeeze nochmal eng zusammen hebt die Arme, atme tief ein und aus und dann Hände langsam tief, Kopf zu Fuß lass sie kurz baumeln und wieder ein bisschen Hände bewegen ein bisschen Blut zurück lenken und dann halbe Vorbeuge streck dich lang und dann komm langsam zurück hier ins Brett atme tief ein und gehen die Bauchlage aus Füße lang am Boden diesmal Hände bleiben, wo sie sind für die Cobra diesmal normale Variante jede Höhe erlaubt atme tief ein und dann herabschauender Hund zurückkehren, atme aus sehr gut aus dem Hund gehen wir ein bisschen in die Beine mit rechtes Bein heben komm in den dreibeinigen Hund streck dich weit über die Ferse und dann öffne die Hüfte klapp die Ferse an oben dreh dich auf drück weiter in die Arme und auch in den linken Fuß dreh den Herz und den Blick leicht nach rechts jawohl noch ein letzter Squeeze und dann schließ dich wieder aufpassen wir strecken das Bein atmen ein und dann zieh dich mit dem Knie nach vorne pro Traktion der Schulter drück den Boden weg saug das Knie in die Magengegend Kinn auf das Herz und Bauchnabel in die Wirbelsäule zurück dreibeiniger Hund und ausatmen Schritt zwischen die Hände vor gut Beine leicht versetzen und dann den hinteren Fuß flach aufstellen ein bisschen Druck finden in den Füßen bevor wir auftauchen gerne wieder Druck finden in den Schultern Arme nach hinten Oberkörper nicht zu schwer ablegen und dann drück die Schulterblätter wieder zusammen Herz vor Arme hoch und recht eng die Hände drück sie ein bisschen näher an die Seite noch jawohl atme nochmal in den Fersendruck ein ein und aus und dann richte dich auf Kriege eins heb die Arme zur Decke versetzt leicht die Füße der hintere Fuß dreht ein bisschen nach vorne nach außen und deine Hände strecken wie zwei Schwerter lang an den Ohren vorbei und spür wieder dass du nicht mit den Schultern durchhängst schau nochmal und wir ziehen die Arme über die Schulterblätter wachsen wir mit etwas noch weiter in den Himmel gut machen wir es wie eben atmen hoch ein Hände in den Rücken aus greif wieder die Finger ineinander heb Schultern zu den Ohren drück die Ellenbogen zusammen dann streckst du die Arme nach hinten drehst dich leicht nach links auf atmest ein und dann geht's vor und tief nach links unten ins innere rechte Bein Humble Warrior schau gerne durch die Beine nach hinten wenn es deine Balance nicht noch schwerer macht und dann aktiviere die Hüfte natürlich dass wir uns festhalten mit den Beinen aber konzentrier dich auf das Zusammenziehen der Schulterblätter und das Öffnen der Vorderseite der Brust der Schulter gut noch ein letzter Squeeze und dann drück aus den Fersen dich wieder hoch kriege eins, heb die Arme atme tief ein und dann Hände zur Matte runter aus Vinyasa, sinke tief Kobra deiner Wahl atme tief ein und herabschauender Hund und atme aus und andere Seite Hände schieben linkes Bein hebt dreibeiniger Hund und dann wenn du bereit bist klapp die Ferse an und öffne die Hüfte nach links dreh dich auf jetzt der Schub hier und dann wie eben lass dir Zeit streck das Bein erstmal lang atme tief ein und dann lehn dich nach vorne zieh das Knie langsam zum Magen drück die Schultern auseinander presst in den Boden dann saug das Kinn zur Nase das Kinn zur Brust mit der Nase hebt das Herz und dann langsam wieder ein und Schritt nach vorne aus gut sehr schön, wieder Erden hinteren Fuß landet flach dreht die Zehen leicht nach außen und dann auch hier lasst uns die Arme wieder aktivieren und die Schulter aktivieren Hände lösen sich vom Boden wenn die Beine dein Gewicht tragen Arme lang machen und dann schieb dich hier weit Bauch nicht zu schwer und dann wenn wir noch mehr können dreh jetzt die Daumen nach außen sodass die Hände flach nach unten zeigen und dann dreh sogar die Daumen nach hinten spür noch mehr die Rotation aus dem Arm wie wir es ganz am Anfang im Berg hatten presst die Handrücken zueinander die Brust etwas höher kommen lassen gerne leichte Rückbeuge spüren nimm noch einen Atemzug schieb die Finger lang und dann richte dich langsam auf nimm den Druck raus Kriege eins wieder ein bisschen wachsen und klettern hier über die beiden Armschwerter sehr schön noch einmal Lift ein und dann Hände in den Rücken aus mach dich bereit für den Humble Warrior nimm gerne wieder den Griff in die Hände nimm aber einen Finger weiter als eben versetzt leicht die Finger sozusagen dass die andere Hand ein bisschen mehr tut und dann wieder erst Ellbogen hoch Schulterblätter zusammen dann streck dich raus schau leicht nach rechts nach oben atme ein und dann verneig dich tief lass die Schulterblätter zusammen während du tief sinkst mit dem Kopf und die Arme arbeiten die Hüfte stabilisiert dich der Unterkörper trägt dich der Unterkörper trägt dich dass der Oberkörper arbeiten kann hänge zwischen den Schulterblättern freies Herz lockerer Nacken noch ein tiefer Atemzug und dann steh wieder auf Kriege eins atme ein Hände zur Matte aus Vinyasa sinke stabil tief Kobra ein und lösen herabschauender Hund atme aus gut wunderbar gut aus dem herabschauenden Hund machen wir eine kleine Pause wandern nach hinten zurück zu den Füßen Kopf zu Fuß lehn dich tief und dann ja warum nicht setzen wir uns in den Frosch hier in den Yoga Squat komm mit den Füßen mit dem Gewicht ein bisschen mehr in die Fersen und dann lass den Oberkörper sich ein bisschen aufrichten immer die Option sich zu helfen ihr kennt es Handtuch unter die Fersen kann helfen wenn man sich nicht gut in die Fersen setzen kann um ein bisschen besser in den Sprunggelenken den Winkel zu haben der es zulässt dass wir uns tiefer beugen können wenn du in den Knien vielleicht Probleme hast ein Block unter das Gesäß um sich hinzusetzen gut ja und dann im Frosch hier lang aufrichten wollen wir auch hier ein bisschen die Schulter üben lassen warum nicht bringt langsam einmal die linke Hand außen neben den Fuß zur Mattenseite neben die Matte sogar und dann weitet den rechten Arm zur Decke dreht euch auf genießt den Twist das erste Mal heute etwas tiefer und dann könnt ihr hier bleiben oder wenn ihr in der Schulter arbeiten möchte dreht den rechten Daumen nach unten beugt den rechten Arm zurück in die linke Hüfte findet ihr die einarmige Bindung schiebt das rechte Schulterblatt in die Wirbelsäule ihr könnt hier gerne bleiben oder ihr nehmt den linken Arm vorne um das linke Schienbein herum auch hier kommt die Innenrotation der Schulter der Daumen dreht nach oben und dann könnt ihr vielleicht die Finger greifen an der linken Hüfte und dann atmen wir mit Länge ein drehen und drehen auch hier weiter noch auf nächst die weite Öffnung twisten drehen Hüfte ist am Arbeiten Sprunggelenk wird gedehnt gut und dann linke Hand wieder tief rechte Arm nochmal hoch atmen ein absetzen aus gut direkt die andere Seite rechte Hand tief und dann linken Arm hoch ich wechsle vielleicht nochmal die Ansicht und dann linken Arm hoch weg vom rechten Arm ihr könnt hier gerne bleiben wer aber die Schulter binden möchte dreht den linken Daumen nach unten spürt wie der linke Arm nach innen rotiert mit der Schulter dann legt ihr die linke Hand in den rechten Hüftbereich bleibt hier einarmig gebunden schiebt das Schulterblatt zurück oder bindet gleichzeitig auch mit dem rechten Arm Innenrotation der Schulter um die Hüfte herum greif vielleicht die Finger und dann öffne dein Herz schau links hoch squeeze hinten ein bisschen zusammen ja lass die Hüfte noch ein bisschen brennen gleich geschafft ja und dann linke Hand wieder hoch rechte tief löst atme ein absetzen aus wunderbar und dann komm raus ich weiß die Knie tun weh wir sind alt hopf zu Fuß aber genau dafür machen wir dass wir jung bleiben auch wenn wir uns gerade kurz alt fühlen beweg die Knie ein bisschen als kleine Gegenstreckung hake vielleicht die großen Zehen ein und dann strecke das Herz lang atme ein sink etwas tiefer mit langen Knien und Oberkörper dann müssen wir in die Zehen lehnen dabei noch ein Atemzug mehr und dann lösen wir die Hände tief komm zurück wandern nach vorne mit den Händen in den herabschauenden Hund wieder auf der Matte wir strecken das rechte Bein zur Decke atmen tief ein und dann macht den Schritt nach vorne komm in den Sprinter einen Moment leicht federn so ein bisschen rein aktivieren in die beiden Innenseite der Beine gut und dann wollen wir weitergehen kommt in die Grätsche dreht euch zur linken Seite also mit den Händen mit den Füßen mitwandern und dann ein bisschen hier an den langen inneren Beinen stehen wir nehmen einmal die Finger gerne vor unter die Nase strecken den Po weit zurück schieb ein bisschen dich in den Anterior Tilt das heißt das Gesäß hebt an das Steißbein hebt an als ob du wieder den Po präsentieren möchtest spür dadurch die Aktivierung der unteren Rückenmuskeln halte das Atme tief ein und dann sink etwas tiefer vielleicht mit dem Herzen mit den Ellenbogen leg dich sanft ab schau nach hinten durch gut und dann wollen wir gleich aufstehen aber vorher nehmen wir noch etwas Länge mit komm mit der linken Hand links zum Fuß links zum Knöchel vielleicht etwas höher am Knie streck dich hier ein und dann sink ein bisschen mit der Vorbeuge zum linken Schienbein genau lasst beide Beine gestreckt und halt dich gerne ein bisschen fest aber immer noch tief in beiden Füßen in den Boden alright genießen wir auch hier eine Rotation komm mit der rechten Hand etwas höher vielleicht an den Knöchel vielleicht an das Schienbein außen und dann drück die Brust ein bisschen lang also den Körper ein bisschen mehr strecken schau nach links hinten oben und dann heb den linken Arm zur Decke komm mit einer leichte Öffnung hier und dann machen wir das gleiche wie eben im Frosch dreh den linken Daumen von dir weg die Handfläche von dir weg und spür wieder die Innenrotation der Schulter Brust nochmal raus nimm noch einen Atemzug squeeze den Daumen etwas weiter und dann löse wieder tief zum Fuß und dann wieder gerade zwischen die Beine okay langer Körper beug gleich die Knie vielleicht oder aktiviere die Hüfte wieder mit dem Gesehschub Finger an die Hüfte und dann richte dich auf in die Grätsche langer Oberkörper und dann brauchen wir jetzt einmal unser Handtuch oder unseren Yoga Gurt je nachdem was dir besser gefällt oder was vielleicht auch gerade vorrätig ist gut wir nehmen einmal die ja die den Gurt erstmal vielleicht über die Schulter fangen wir wie am Anfang der Stunde an bring einmal den rechten Arm hoch und dann nimm die rechte Hand wieder auf das linke Schulterblatt drück wieder gerne mit dem linken Arm mit der linken Hand ein bisschen auf dem Ellenbogen schau dass du so ein bisschen die Länge im Körper dich verlierst vielleicht ein bisschen enger zusammenstehen mit den Beinen ist hilfreich ja und dann bleibt so und dann versucht wieder über die linke Hand euch zu öffnen Innenrotation der Schulter zu finden also wieder sanft ein bisschen den Daumen nach innen nach unten drehen und dann bring die Hände den Rücken zusammen und ihr seht bei mir ist auch noch viel Abstand deswegen nehme ich mir mein Handtuch meinen Gurt halte mich daran fest wandere so eng zusammen wie es eben meinem Körper möglich ist und dann versuche ich mich langsam von hier mit dem Oberkörper zu strecken die Schulterblätter zurück zu lassen und das nächste wird intensiv wir atmen ein Brust raus und dann schieb das Becken zurück und lehn dich vor soweit es eben die Schultern zulassen in die Vorbeuge vielleicht zum halben Weg vielleicht etwas tiefer lass die Ellenbogenspitzen nicht nach vorne fallen zieh die Schulterblätter leicht zurück halte den leichten Druck auf dem Gurt nimm noch einen Squeeze mit rechten Ellbogen vor allem nochmal heben und dann langsam wieder auftauchen uff und loslassen uff gut nachkreisen Gurt Handtuch zur Seite legen und dann kommt mit dem rechten Fuß zur Vorderseite Krieger 2 kommen wir in die Beine wieder zurück aktivieren wieder unseren schönen Schub Fersen zueinander rechtes Knie drückt leicht nach außen bis du die äußere Hüfte spürst dann die Arme lang heb die Schultern etwas höher lass sie auch hier nochmal ein bisschen Kraft finden die Armen das Armgewicht halten und dann umgedreht der Krieger rechte Hand hoch linke T zieh die nochmal weit und versuch so ein bisschen das rechte Schulterblatt zurückzuziehen an die Wirbelsäule dass der rechte Arm etwas mehr am Ohr vorbeizieht und die rechte Brust etwas mehr zur Decke zeigt atme nochmal lange ein langsam von dir lösen rechtes Knie rechten Ellbogen zusammenlegen kommen wir in den Winkel nutzen die linke Hand an der Schulter linke Hand an der Hüfte Schulter hoch und zurück ziehen dass das linke Schulterblatt jetzt nach innen drückt Brust ein bisschen raus und dann kannst du hier bleiben oder weitergehen versuchen wir uns in den gebundenen Winkel zu bewegen rechte Hand erstmal tief schieß ihr könnt gerne einen Block nehmen Brust immer noch öffnen und dann hebt wieder die linke Hand dreht den Daumen wieder zurück Innenrotation der Schulter dann beugt den Ellbogen legt die linke Hand an die rechte Hüfte einbeiniger Winkel gebundener Winkel oder schau zu Boden tauche tief in die Hüfte mit dem Herzen unter das rechte Bein mit dem Arm hier die Freiheit gegeben Innenrotation der Schulter und dann greift mit der unteren Hand die obere Hand an der linken Hüfte und dann dreht das Herz wieder nach links auf streckt den oberen Arm lehnt den Kopf leicht zurück und finde hier die Streckung immer noch die Beine wie im Krieger 2 Blick vielleicht zurück zur linken Schulter zieh den linken Schulterkopf nach hinten nimm noch einen Atemzug gut und dann rechte Hand tief legen Arm hoch auf wenn die Beine brennen komm nochmal den Krieger 2 zurück umgedreht der Krieger und dann Hände tief Fuß hinten gerade streckt das rechte Knie einmal lang schau nach vorne genieß kurz die Pyramide Vorbeuge lange Beinrückseiten sehr schön gut gearbeitet okay lasst uns wieder zurückbeugen nach der Entlastung atme ein beugt das Knie steigt zurück übers Brett atme ein link in die Bauchlage tief Herz öffnet Kobra ein herabschauender Hund atme aus und andere Seite heben das linke Bein atme tief ein und mach den Schritt nach vorne aus gut kurz ein bisschen stehen im Sprint ein bisschen Kraft in die linke Wade Ferse in die Hüfte bringen ein bisschen vibrieren ein bisschen federn und dann lasst uns nach rechts in die Grätsche die Hände mitnehmen die Füße mitnehmen und auch hier guten Abstand finden schau dass die Zehen eher nach vorne nach innen zeigen als nach außen zu weit wegdrehen dass das Knie nicht in zwei Richtungen dreht ja und dann Körper lang machen auch hier die Hüfte wegschieben aus dem Gesäß Herz wird lang spür wieder das Anteure tilten aus der Hüfte präsentiere kurz das Gesäß Atme hier mit langem Rücken ein und dann langsam in die Vorbeuge tief Ellbogen kurz runter beugen Blick durch die Beine nach hinten geben sehr schön und dann schau zum rechten Fuß so wie eben krabbel mit den Händen rüber und finde den Weg dort in deine Vorbeuge zum rechten Knie herunter also spür etwas mit die rechte Beinrückseite aktiviere den Schub der Hüfte linke Schulter etwas schwerer machen gut und dann komm mit dem Oberkörper etwas höher greif mit der linken Hand etwas höher vielleicht am Knöchel vielleicht am Schienbein und dann strech den Körper Oberkörper lang und dann heb den rechten Arm und dreh das Herz ein bisschen auf und dann dreh wieder die rechte Schulter in die Innenrotation spreiz oben die rechte Hand Schulter ein bisschen zurückziehen nimm noch einen Atemzug wunderbar und dann rechte Hand wieder tief Kopf zu Fuß und dann aus den Beinen Langen werden aus der Hüfte und den Rücken aktivieren Hände zum Becken und dann richte dich auf zum Stehen ok kommen wir in unseren Gretstand ich drehe mich für euch um und dann wieder wollen wir versuchen die Schulter zu öffnen nehmt wieder euer Handtuch euren Gurt ihr legt ihn schon mal gerne über die Schulter und dann linke Hand auf den rechten Schulterblatt ablegen die rechte Hand auf den linken Ellbogen viel links und rechts heute ja und dann squeeze ein bisschen hier halte gerne und dann wie eben löse die rechte Hand dreh den Daumen nach innen spür den Schulterpunkt eindrehen und dann finde vielleicht den Griff der Hände wenn du zwei drei Finger festhalten kannst mach es, halte oder nimm die Verlängerung in die Hände Gurt, Handtuch fest zugreifen lassen sehr schön und dann mit diesem Schub hier Schulterblätter zurück Ellbogen zeigen hoch und runter atme ein Brust raus und dann lehn dich langsam vor muss nicht weit gehen finde aber die Schulteraktivität drück fest auf den Band halt dich fest schieb die Schultern zurück ist intensiv die Belohnung kommt später nimm noch einen Atemzug hier gut und dann richte dich aus auf den Schub und löst sehr gut hier alle nachkreisen, locker werden und dann lasst uns den Krieger 2 finden linken Fuß vorne aufmachen oder nach vorne drehen rechten Fuß wie ihr es kennt ungefähr auf Linie mit der linken Ferse Arme auseinander schieb nochmal die inneren Beine also drück die Matte gefühlt zusammen heb die Arme etwas mehr und dann bring dich von hier in den umgedrehten Krieger rechte Hand runter linke Hand hoch und zieh wieder so ein bisschen das linke Schulterblatt zurück an die Wirbelsäule vielleicht kannst du die Hand aufdrehen und dich ein bisschen mehr hinter dem Kopf entlang ziehen drehe das Herz ruhig ein bisschen mehr zur Decke gut noch einmal Finger lang atme tief ein und atme aus und dann löse über den Krieger 2 nimm vielleicht kurz Druck raus bevor du den linken Ellenbogen ablegst auf deinem Oberschenkel greif mit der rechten Hand die Hüfte schaut gerne nochmal zum Bildschirm wir ziehen den rechten Schulterkopf zurück also drücken das rechte Schulterblatt auch hier in den Rücken sodass du vorne automatisch eine leichte Rückbeuge erzeugst und hinten wieder ein bisschen Kraft gewinnst dann linke Hand runter zum Fußboden zur Matte gern auf einem Block bleib gern hier wenn es reicht oder heb den rechten Arm drehe den Daumen um die Hand um beug den Ellenbogen mit der Innenrotation zur linken Hüfte Finde hier die einbeinige Bindung oder sinke tief mit dem Herzen linke Arm weit unter dem linken Bein hier hast du die Freiheit Innenrotation der Schulter linke Hand greift das rechte Handgelenk oder die Finger und dann entscheidend hier wieder sich aufzudrehen Brust zu öffnen Blick vielleicht zu heben den Winkel gebunden zu halten Kopf vielleicht zurück zu lehnen spür die Hüfte natürlich links außen drücken die linke Ferse streckt das rechte Knie und dann linkern tief Rechten Arm hoch Krieger 2 Kraftfall nochmal hoch umgedreht der Krieger ein und dann beide Hände tief zum linken Fuß und Bein streckt beide Knie schau nach vorne ein und dann genießt die Entlastung in der Pyramide wunderschön noch ein voller Atemzug und dann beugt das Knie wieder zurück komm in den Stütz kommen wir in die Bauchlage tief zur Matte kleine Belohnung jetzt hier finden gut schau dass du links und rechts neben den Armen Platz hast und dann bringen wir den linken Arm nach außen raus streck die Finger weit Füße schließen Beine schließen und dann stütz dich über die rechte Hand sodass du dich in die linke Hüfte lehnen kannst und dann ja ich habe meinen Kopf gerne in der Luft wenn du aber etwas drunter legen möchtest für den Nacken zum Stützen tu das gerne vielleicht ein Block oder ein Handtuch oder ein Kissen und dann versuchen wir uns mit dem Arm wegzuziehen also die Brust vor den Arm hinter uns weit und dann dreh vielleicht noch etwas mehr das Herz auf rechte Hand kann zum Rücken kommen rechter Fuß kann vielleicht sogar aufstellen und ein bisschen weiter vorne die Schulter strecken Brustmuskel wird auch einmal lang gezogen ja die ganze Verbindungsstelle dort zwischen Schulter, Oberarm und Brust wird einmal frei wunderschön noch ein Atemzug hier und dann löst den Rechtfuß wieder auf den linken erst wieder zur Bauchlage eindrehen linke Hand leicht bewegen und dann zur anderen Seite ein bisschen auf der Matte zurecht rutschen vielleicht und dann den Rechtenarm rausstrecken, Füße schließen und dann kippt in deine rechte Hüfte rein schau, dass du auch hier die Beine einigermaßen lang aktiv lässt und dann kannst du auch hier den Kopf heben so wie ich, wenn es im Nacken dir angenehmer so ist sonst ablegen oder auch polstern komm vielleicht mit den Füßen noch zurück wenn deine Hüfte krampft, lass die Beine einfach übereinander liegen ja und dann so ein bisschen reinlehnen in den rechten Arm in die rechte Schulter Brust ein bisschen stolz vor und vielleicht auch das linke Schulterblatt oben nochmal leicht zurückziehen natürlich schauen, dass die rechte Hand lang bleibt und es ist wahrscheinlich sehr intensiv aber schauen, dass es nicht unangenehm wird also unangenehm im schlechten Sinne wir wollen den guten Schmerz hier wieder genießen das was wir gewonnen haben an Schulter Öffnung auch hier noch etwas mehr vertiefen durch die Wärme, durch die tiefe Arbeit ja noch ein Atemzug und dann löst vorsichtig raus zurück zur Mitte komm nochmal in deinen Blick kurz nach rechts vielleicht bewege die rechte Hand und tauch dann gerne in die Sphinx einmal auf sanft rausdrücken gut und dann lass dich von hier in den ja Vierfüßler und ein letztes Mal in den Hund noch kommen schauen wir was wir gewonnen haben streck den Hund einmal lang ja und dann wander nochmal in die Mitte der Matte komm in eine schöne Vorbeuge und dann machen wir es nochmal wie am Anfang der Stunde und wie in den Humble Warriors wir nehmen die Hände in den Rücken beug ruhig leicht die Knie greif zusammen die Finger Schulter zu den Ohren Ellenbogen zusammen und dann fang an die Arme zu strecken Beine vielleicht etwas länger zu machen und schau, spür jetzt wie weit wir uns noch mehr strecken und öffnen können sollte sich gut anfühlen wieder gerne auch die Hände eng zusammen greifen so wie ich die Daumen kreuzen im Gebet noch ein Atemzug wunderbar und eine Finger tief kurz ausbaumeln dann zum Boden gerne über den Hund strecken und dann komm mit den Knien tief kurz ins Kind die Hände flach hinten ablegen ganz klein zusammenrollen Schulterblättern kurz Platz lassen wunderbar ja und dann lassen uns die Stunde ausklingen lassen indem wir die Beine nach vorne bringen uns aufrecht hinsetzen lass uns nochmal gerne kurz twisten hier linken Fuß aufstellen nach rechts stellen für den Drehsitz den einfachen komm um das linke Bein herum und dann heb den Arm den linken mit Länge und dreh dich auf kurz zur linken Seite kleiner Squeeze nochmal über das linke Schulterblatt ein letztes Mal aktiv werden dass nochmal die Wirbelsäule Platz bekommt nach rechts drehen und dann Beine tauschen Seite wechseln rechts nach links stellen den Fuß linker Arm greift herum bisschen zusammenziehen Brust Bauch und Oberschenkel und dann dreh dich mit dem rechten Arm nach hinten nicht zu weit von euch weg eher nahe am Körper dass wir uns auch hier so ein bisschen mit Länge aus der geraden Wirbelsäule öffnen dass auch zwischen den Wirbelkörpern Platz herrscht noch ein Atemzug wunderbar und dann komm zurück kurz nach links fallen bisschen gegenlehnen dann nach vorne schauen Gesäß nochmal erden und dann kommen deine Raupe die Caterpillar Pose in den Stab wie auch immer du sie nennst bisschen nochmal rausziehen die Arme, Gesäß zurückdrücken nochmal leicht raus strecken aus den Rückseiten des Ober- und Unterkörpers und nach dem nächsten langen Ausatmen tiefen Fallen richten wir uns vor den Körpers wieder auf lehnen uns vielleicht nochmal leicht zurück gegen Bewegung Herzöffnung und dann kommen die Rückenlage greift die Knie kleine Massage in der Wirbelsäule kleine Bewegung kleine Dehnung noch in der Hüfte rechten Fuß linker Oberschenkel Nadelöhr Hände greifen links das Bein zieh dich nochmal sanft in den guten Druck lenke an den Flex im Fuß gerne den Atem nochmal gierig einsaugen und dorthin lenken wo du den Körper grad nochmal spürst und ein wenig entlastest nachdem wir auch viel auf den Beinen standen auch wenn der Fokus heute in den Schultern lag uns vom Unterkörper her unterstützt haben gut wechsel die Seite linker Fuß rechtes Bein aufsetzen links öffnen rechts zu die Rand ziehen das Knie hier noch ein voller Atemzug und löst wieder happy baby nochmal zum Ausgleich auch für die Innenseite fersen greifen knie beugen knie beugen und nach unten drücken ich habe gerne einen Fuß flex schieb auch die Knie ein bisschen mehr weg von der Mitte vielleicht eine ganz kleine Wirbelsäulenmassage vielleicht eine Grätsche lange Beine noch ein Atemzug wo auch immer du bist und dann zurück zum Mitte gut greif die Knie umarme dich nimm Abschied vom Körper sag Danke und dann komme die Matte in die Ruhe für einen Moment der Entspannung in der Shavasana Haltung Erde weicht die Schulterblätter lass sie ein bisschen geöffnet liegen und sonst auch wieder die Form der Hände und Zehen und Fersen und Waden und des Gesäßes einnehmen die passt und Abschied durch die Atmung tief durch die Nase ein lang durch den Mund aus ein kleiner Augenblick viel Ruhe Shavasana vor Ort dieser die das ist val ist vor ich den ich Vielen Dank. 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 Danke dir selbst für die Zeit, für die Arbeit und für die Energie, die du in die Matte gebracht hast. Verabschieden wir uns atmen tief ein zur Decke, zur Stirn aus für klare Gedanken, zum Kinn zum Mund für wahre Ehrliche Worte und zum Herzen für viel Kraft und viel Energie und verneigen wir uns für uns selbst, ehren uns selbst, honor yourself, Namaste. Vielen Dank. Ein bisschen auch zu quälen. Und wenn du da unterstützen kannst. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf der Mathe. Bis zum nächsten Mal. Namaste. Bis zum nächsten Mal.